Was ist denn, wenn sie schon längst wieder zurück sind bei den Muokiji-Maras? Wollen wir gehen? Hm... Ist nicht eingeschlafen. Was, wenn sie noch nicht raus sind und wir gehen einfach und lassen sich hier? Wie lange geben wir ihn denn noch? Ich weiß es nicht. Haben sie dir gesagt, was passiert, wenn sie dir kein Zeichen geben, wenn was schiefläuft? Sollst du dann einfach so den Turm sprengen, oder? Aber ich sitze doch jetzt hier nicht zwei Tage im Gebüsch. Wie lange warten wir? Aber wenn wir einfach so den Turm sprengen, dann könnte es sein, dass sie hier auffliegen und dann ist alles... Dann sind sie alle in Gefahr. Vielleicht warten sie einfach nur auf ein Zeichen von uns. Ja, warum sollten sie auf ein Zeichen von uns warten? Wir sollten auch auf ein Zeichen von ihnen warten. Aber wenn sie uns ganz geben, wie lange würdest du hier noch warten? Keine Ahnung, glaubst du, ich hab sowas schon mal gemacht? Ich will hier überhaupt nicht sein. Ich weiß ja nicht, wie viel... Wie viel Kraft hast du, ich meine, wenn du diesen Turm da kaputt machst? Hast du genug Kraft, dass wir uns verstecken können, dass du dich eventuell noch verteidigen kannst? Oder fällst du dann einfach um? Das was hab ich nämlich auch schon mal gesehen. Hm. Ähm, wir haben Schalkatur und... ...ein bisschen Kraft hab ich noch für den Eisball, aber... ...dann bin ich... dann bin ich aufgeschmissen. Und mit dem Stab kämpfen kann ich auch nicht. Das deutet ein bisschen auf sein Gürtel. Hm. Ich weiß es nicht. Uns hat jemand was gesagt. Ich mach mir einfach nur Sorgen. Was hältst du davon? Wir gehen zurück ins Lager und wenn sie nicht da sind, gehen wir nochmal zurück. Hm. Hier, hier lief vorhin einer rum, der hatte mir... ...oder der hatte irgendwelche... ...irgendwelche Fingersymbole gegeben. Ich weiß nicht, ob er damit mich meinte oder ob er... ...irgendwas an seinem Gürtel hervorgepult hat. Irgendeiner lief rum, aber wir haben doch gesagt, die sollen zu zweit sein. Ja, aber es war nur einer. Der wurde auch angegriffen. Keine Ahnung, was das für ein Idiot war. Hm. Das würde keiner von uns machen. Das weiß ich überhaupt nicht. Okay, wir schicken... ...zwei Samuro-Gins. Schicken wir zurück zum Lager. Die anderen vier bleiben hier, die anderen sitzen auf der anderen Seite. Aber was, wenn wir plötzlich agieren müssen und wir haben welche weggeschickt? Dann sind wir ja noch weniger, die kämpfen können. Willst du jetzt, dass ich zum Lager laufe oder dass du zum Lager läufst? Kannst du nicht ihn da schicken? Ich deute mal hier auf den... ...euer... Nein. Also, den könnte ich schicken, aber... ...dann ist alles sofort hell und dann brennt der Wald hier. Wir schicken die beiden Samuro-Gins da drüben ans Läufer. Das ist besser, wenn die fähren, als wenn wir beide fähren. Hm. Warum kann ich nur einer gehen? Warum müssen es zwei sein? Die laufen immer zu zweit. Oder zu viert. Ach ja, da ist ja dieser Tipp mit den Zahlen. Ja, dann sollen sie eben zu zweit gehen und schauen. Ja, beide Samuro-Gins jetzt ab. Ihr habt noch... ...4 und 4. Hm. Okay. Dann ruhe ich jetzt ein bisschen raus. Und der Typ, der angegriffen wurde, ist der tot? Fast. Ja, der eine, der raus ist, ist der tot? Kann man den irgendwie... Nein, der, ähm... Er hat wohl einen Diskurs abbekommen, hatte mir eben einer von ihnen gesagt. Und der wird dann im Gift sterben, aber... ...der ist wieder zurück. Also, wenn das... Verdammt, hätten wir ihn gefangen genommen, dann hätten wir damit irgendwas machen können. Wenn das einer von uns wäre, dann... ...wäre er jetzt auch tot. Aber warum laufen die auch alleine raus? Das soll dann bestimmt keiner von uns. Naja... Hm. Hm. Meinst du, ich soll nochmal zurück? Wie wär's denn, wenn wir nochmal zwei Samuro-Gins schicken und dann gucken, wo die... ...die zehn Leute hin sind? Da war immerhin Effa-Daios dabei, mit dem... Also Effa-Daios war auf alle Fälle dabei. Aber wenn das unsere Leute gewesen wären, hätten sie so ein Zeichen gegeben. Ich mein, die laufen doch nicht einfach zu zehn da raus und... ...lassen uns hier sitzen, oder? Hm. Weiß ich nicht. Oder Effa-Daios hatte keine Lust mehr und ist einfach gegangen. Ich glaub, der kann mich eh nicht besonders gut leiden. Nein, das glaub ich nicht. Effa-Daios ist ja ein Mann, der Gött. Hm. Stimmt. Ich kann zwar nicht so viel mit ihm anfangen, höchstens mit der Sinda, aber... Oh, das soll dann... Naja. Oder soll ich nochmal zurück? Willst du wieder da rüber? Ja, von wollen kann ja wohl keine Rede sein, aber... ...hier sitzen und gar nichts tun. Okay. Ich könnte natürlich auch mal versuchen, aus einer anderen... ...aus einer anderen Richtung mich anzuschleichen und dann zu schauen, aber... Hm. Das über die Felsen dauert ganz schön lange. Ich bleib hier. Ich hab den Befehl bekommen und die erwarten und mein Zeichen, das muss ich eben... Also wenn's so weit ist, dann... ...muss ich hier sein. Kurze Oti-Frage nochmal, Frosty. Wir hatten uns ja schon das ganz kleine angeguckt. Äh, außer den Felsen, gab's noch irgendeine Stelle, wo ich... ...und meine Klette anschleichen können? Also meinetwegen kannst du von überall runter klettern. Okay, weil ich hab keinen Bock mehr, den ganzen... ...weißt du, den ganzen Graben zurück und dann... ...und dann... ...nein, also du kannst jetzt ja eh dadurch, dass du jetzt keine Behinderung mehr hast, ...durch das Indur rüber kannst du auch gut überspringen über den Graben. Dann püscht du dich aber hier über die Straße rüber, irgendwie in der Dunkelheit... ...und dann gehst du hier über den Graben rüber, das geht schon. Okay. Du kriegst es dann hin, wenn du alleine bist, ne? Einfach rüberspringen und mit einer Athletikprobe und hochklettern. Äh, dann kannst du eben auch von hier oben kommen, das ist okay. Okay. Okay, ja, dann würde ich nämlich mal da rüber. Gut. Dann eine Kletternprobe, eine Athletikprobe und dann stehst du drüben. Moment, ich würde einmal noch ein Zeichen, äh... Kasim, ich kletter jetzt da rüber, wenn irgendwas nicht in Ordnung ist oder ich dir dieses Zeichen gebe... ...ich würd mal so die Hände an die Ohren machen. Siehst du das im Dunkeln? Ich zieh das im Dunkeln. Was genau tust du jetzt? Ich möchte da rüber und wenn ich irgendwie seh, dass irgendwas nicht in Ordnung ist, will ich ihm vor da drüben, wo ich bin, ein Zeichen geben, dass er da den Turm sprengen kann im Grunde. Diesen hier. Ich will ihm einfach nur ein Zeichen, ja, ich will ihm einfach nur ein Zeichen geben, wenn ich irgendwas... ...also wenn ich irgendwie in Farbe oder so, weil ich... ...wurde da jetzt auch rüber. Hm. Das sind 100 Meter, je nachdem, wo 70 Meter im Dunkeln schafft er es nicht. Okay. Verdammt. Na, wir sind fein. Ja, während du dich da mit Kazim absprichst, können die anderen im Inneren sehen, wie Orsco an diese Kiste herantritt. Er macht den Deckel auf. Ich kann das nicht sehen von der Früchte. Hm. Die sind so gerascht. Ja, dann könnt ihr ein lautes Boltern hören und Brindigian sieht, dass die Holzkiste in hohem Bogen, äh, nach oben geht, zumindest der Deckel, äh, fliegt, äh, wird zersplittert durch seine Faust, durch seinen Fausthieb oder Schlag, äh, prallt dann irgendwie hier nebenan, äh, auf den Boden und ein lauter Rufertönen von Osco. Antreten! Was ist denn jetzt los, Tickramont? Ach du, Julio. Weiß ich nicht. Keine Ahnung. Das war auch so los. Scheiße, ich bin schon wieder Pissen. Ich hab mir in der Zeit aber was zugezogen, mein Schwanz juckt. Scheiße. Du bleibst hier, machst hier. Ja, natürlich. Antreten, Mann. Das gilt ja für alle Leute, nur nicht für uns, oder was? Wir müssen ja immer ständig hierbleiben an der Brücke. Richtig. Ja, und Digian läuft hin und steht stramm. So wie er das schon mal gesehen hat. Man kratzt dich mal am Sack. Ja, Perdido, ziemlich schlecht gelaunt, kommt auch heraus. Das, äh, Tor öffnet sich und der Rest der Endurium gar das wieder da. Und alle versammeln sich um Osko. Nach wenigen Augenblicken tritt Perdido mit riesigen Schritten an ihn heran. Wir machen weiter mit Efferdimes. Das Wasser glitzert leicht vor dir. Immer noch silbrig. Du kannst gerade sehen, wie sich Hock ins Gebüsch duckt und dort verschmilzt mit dem Schatten, mit dem Busch. Ist quasi nicht zu sehen und gut versteht. Ich blicke auf die Wasseroberfläche und sehe dort dann die Reflektion des vollen Mondes übermehr. Vor einem kurzen Moment vergisst er vielleicht auch alles zum Zehren. Der Mond. Der volle Mond. Nein, Marder. Und dann in seinem Blickfeld, wo dieser Mond riesig gepranger hat, plötzlich blinkt einer der Sterne irgendwie neben dem Mond auf. Sex. Brauchen wir eine List. Gut. Also ich muss zurück. Und dann wird er sich auf den Weg zurück zum Rest der Armortgardisten machen. Und unterwegs möchte ich eine Theorie wirken. Oder ein Stoßgebet. Ja. Na, meines Herrn Effert. Bitte ich dich. Listenreich Effex. In diesem Moment. Schenke mir etwas von deinem Glück. Ich brauche es. Wir brauchen es. Ähm, ich rufle mal kurz eine Probe ohne Modifikatoren. Äh, ja. Dann habe ich jetzt, ähm, den Spielrunden lang Glück. Ja, du hast nicht aufgestuft, also nur du hast Glück. Genau. Ja, so. Ja. Also er hätte ja sein können, dass du jetzt nach und nach den anderen Matrosen auf die Schultern klopfst. Aber, äh, okay. Dann hast nur du Glück. Genau. Ich, ähm, warte mal. Wo ist gerade mein Token? Da. Ähm. Genau. Ich mach mich auf den Weg zurück. Und dann während es mir lest, scheiße, scheiße, scheiße. Ich brauche hier eine richtig gute. Ich brauche hier einen guten Plan. Und dann, da wird auch noch Hesinde angerufen. Herr Hesinde, Schwester meines Herrn Everth. Schenke mir etwas von deiner Gabe. Dem Wirrwarr. Ich brauche einen Plan. Mein sterblicher Geist. Schenke mir etwas von deiner göttlichen Einsicht. Schenke mir etwas von deiner göttlichen Weisheit. Und dann wirklich halt noch diesen Weisheitssegen. Ach. Genau. Das sind, ähm, äh, jeweils drei auf Klugheit und Intuition. Ja, also jetzt hast du temporär Klugheit und, äh, Intuition plus drei? Ja. Für wieviel lange? Ähm, für sechs Spielrunden. Meine Magieresistenz ist auch ein bisschen aufgestuft. Meine, ähm, meine Magieresistenz ist auch aufgestuft, aber ich glaube, das ist gerade egal. Ja. Ähm, gut. Und dann, äh, ja. Plenne ich die letzten Meter, ähm, wieder zu der, zu der Stelle, wo die anderen warten. Ähm, bin auch dann gar nicht mehr leise auf die letzten Schritte. Männer! Oh Gott, er hat einen Panikanfall. Los, such den, aber lass den am Leben! Meine Männer, los! Ich hoffe jetzt, dass, äh, sich einer von denen ganz schnell, äh, an mir vorbei bewegen möchte. Los, Männer! Wie, wie, wie ist das? Also, es geht jetzt hier gerade, äh, um, um meine Männer, dass sie es erstmal machen, dass sie... das nicht um... Also, deine Männer würden es tun. Es geht jetzt einfach nur darum, dass die Karmordgardisten, äh, entweder dich oder die Männer jetzt nicht zerstückeln. Ähm, weil, ansonsten lässt man einfach Hock zurück. Das ist denen dann halt egal. Das wäre sonst die, die Aktion. Weil, wenn du sie jetzt nicht überreden kannst, dann wird Hock zurückgelassen und man marschiert weiter. Okay. Äh, also ich hätte sonst erwartet, dass die halt sagen, alles klar, wir müssen finden, aber wir töten ihn. Ähm, okay, ähm, was hast du gesagt? Äh, überreden plus fünf. Das wird in die Box. Mhm. Ähm, wie gesagt, es gilt dann, ähm, wenn das nicht klappen sollte, werden weitere Punkte angesammelt. Okay. Ähm, kannst du mir gegebenenfalls sagen, ob ich Glück benutzen soll? Achso, welche Regelung von Glück machen wir? Die mit, ähm... Ja, du hast jetzt einmal Glück und, naja, wenn du es jetzt nachwürfeln möchtest, äh, äh, ich sag mal, äh, du könntest ein W20 neu reinschmeißen? Ähm... Ich muss gerade überlegen. Ne, ich möchte gleich nochmal an eine andere Stelle lügen. Hm, dann schauen sie dich an. Wir bleiben hier. Der wäre genau. Lass ihn zurück. Ja, das wird dann Varicello sagen. Rei dich ein. Er wird nicht zurückgelassen. Bzw. Wir werden ihn finden und... Nein. Pass mal auf. Unteroffizier. Du hast den gleichen Rang wie ich. Das ist einer von meinen. Und wenn er sich nicht zusammenreißen kann, dann wird er umgebracht. Bruder, lass mich das regeln. Mich und meine Männer, die kennen ihn. Wie? Ich habe einen Distriktbefehl von Perdido und der geht vor. Und das interessiert mich nicht, wenn du irgendwas anderes sagst. Wie ist dieser Befehl? Scratch und Schlachten. Und? Wir sind ja auf dem Weg dorthin. Aber das ist ja eine unvorhergesehene Situation. Was würde denn Perdido in dieser Situation machen? Würde der hier einfach jemanden desertieren lassen? Hm. Keine Ahnung. Keine Ahnung. Keine Ahnung. Natürlich nicht. Wenn sich dieser Feigling nicht zusammenreißen kann und einreihen kann. Ich weiß, hier im Dschungel, das ist scheiße gefährlich. Da kann man auch Angst kriegen. Aber man muss sich zusammenreißen. Wir sind doch alle Männer. Wir werden ihn finden. Und wenn er sich nicht... Alles klar. Ja. Da. Das soll aber nicht in die Boxen, aber... Äh, ne, ne, ist okay. Ähm. Im Gegensatz zu den anderen kannst du... ...etwas hören. Irgendetwas ist bei euch, um euch herum. Irgendetwas, was über den Boden... ...schabt... ...kriegt... ...und du kannst leises zischern. Maricillus, pack dich am Kragen. Halt dein Maul, reih dich ein und wir schlachten ihn später. Ja, wir schlachten ihn, wenn wir ihn gefunden haben. Und, äh, ich möchte ihn dann schubsen, dass er hinten überfällt. Ähm, warte mal. Wie kann mir das... Wenn sich jetzt die K-Mod gerade duediert... Ja, ähm, ist auf alle Fälle dann eine Raufen-Attacke. Mhm, aber koste ich nicht mehr. Und, äh, er ist davon sehr überrascht. Okay. Überrascht heißt, minus fünf, ne? Ähm, eigentlich ist sogar eine minus acht. Also durch den Patzer dann jetzt. Oh, okay. Also er kann sich da jetzt auch nicht raufen, bringen, wehren. Das kann er nicht. Okay. Also du kriegst jetzt eine minus acht. Also überraschend. Obwohl er dich jetzt halt schon am Schlaffchen hatte, aber... Ähm, dann möchte ich jetzt hier mein Glück benutzen, um diesen Wurf zu wiederholen. Ja, ich hab dann auch... Meine Männer, ihr habt den Befehl gehört! Los! Such den! Oben ist seine Wasserstelle! Dort in der Nähe! Ein Meter, äh, nach hinten in den... In den Boden gegangen. Und... Steht dann wieder auf. Funkelt dich an. Nimmt seinen Helm ab. Greift zu seinem Nachtwind. Und dann kannst du sehen, wie... Wesen... Von der Seite kommen. Und zwar... Hm... Seid ihr wohl eingekreist. Weiteres Zischeln. Weitere Schlängeln. Und du kannst... Teilweise Echsen, Menschen erkennen. Teilweise... Schuppige Schlangen. Halbschlangen. Halbmenschen. Parizellos! Information! So. Wir geben weiter an die Mine. Dort wird gerade angetreten. Ich will nicht. Kann ich aufhören? Ich suche mir ne andere Runde. Ich will nicht mehr. Somit musst du hier noch einmal Sicht anmachen und noch ne andere Größe geben. Media. Die dritte Fraktion. Mexikan Stand-Off. Das sind eigentlich sogar vier Fraktionen. Ne gar nicht drei. Okay. Ähm... Ja. Perdido. Gerade nach unten gekommen. Immer noch in Rüstung. Hat sich wahrscheinlich schon gar nicht ausgezogen. Hat sich auch irgendwie hingelegt. Oder in sein eigenes Zimmer zurückgezogen. Aber hier steht jetzt allesamt an dieser offenen Truhe. Der Deckel liegt zersplittert hier. Osko hat die Hände geballt. Wir haben einen Verräter. Oder mehrere. Weiß er sich so ein bisschen auf die Zähne. Perdido zieht sein riesiges Schwert. Und zeigt damit auf Yala. Vielleicht das draußen Frosty? Das Brüllen auf alle Fälle. Und... Den Ruf von Perdido... Also ja. Das ist auf alle Fälle sehr sehr aggressiv. Und du kannst das führen. Wie weit bin ich noch weg von Kazim? Kann ich ihm noch ein Zeichen geben? Ähm... Wir hatten das ziemlich gleichzeitig gesagt. Du hast dich ja so irgendwie hier oder da. Gerade verdrückt. Also du bist ja so ungefähr... Ich sag mal, du bist 20 Meter von ihm entfernt. Das sieht dann noch. Egal wo du bist. Okay, weil du hast ja gesagt, während wir diskutieren... Genau. Richtig. Dann würde ich Kazim erst das Zeichen geben. Sie sind aufgeflogen! Mach was! Gut. Dann kommt jetzt der Befehl von dir. Wir gehen in Initiative-Runde. Und zwar auf allen Ebenen. Das heißt, auch Effadaios. Äh... Drüben bei sich. Und dann schauen wir mal, was passiert. Ähm... Perdido hat sein Schwert gezogen. Seine Endurium gerade macht es ebenso. Ihr steht gerade munter, fröhlich versammelt. Irgendwie in einem halben Kreis um diese Kiste herum. Ähm... Nein, das habe ich nicht geplant. Das ist ähm... Ich kann nur auf das reagieren, was ihr mir vorgebt. So, ähm... Kasim hat keine Intuition, das ist ein NPC. Ähm... Frage an Wascher. Wo hast du jetzt Kontrolle? Soll er erst den Eisball oder erst Schalger-Tur zünden? Äh... Der Schalger-Tur macht was nochmal genau? Was war der Plan? Feuer oder Eis? Was willst du haben? Ähm... Erstmal hier Eis. Erstmal Eis. Weil man vertraut Kasimir als dem Viech, was damit ist. Gut. Ähm... Dann gleichzeitig mit dem Ziehen des Schwertes kann Jalan hinter sich eine unglaubliche Explosion hören und Eis splittert. Scheiße! Angriff! So, ich reiße auch mein Schwert vom Gurt. Bauen wir uns hier mal... Weißt du, anstatt dass Kasimir sieht, der Turm ist leer und woanders denn alles voll hinsetzt? Äh... Okay. Finde ich einen guten Einwand. Ähm... Er schmeißt den Frigifaxius auf Aurelio. Ist ein guter Einwand. Hasse dich! Ne. Ähm... Dann kommt der Frigifaxius jetzt auf... Äh... Wie viele Würfe wollen wir denn? Warum auf Aurelio? Sieht doch auf den Turm! Ja, aber der Turm ist halt nicht besetzt. Am Turm steht halt keiner. Das seh ich nicht. Okay, ja. Dann kommt der jetzt auf mich. Ist okay, ich werd kein Spiel verbrennen dafür. Ja, sind nur 3w6. Ne, 5w6 plus halbe Sternchen. Möchte... Möchte jemand das... Ja, aber Frosty im Ernst jetzt? Hab ich das nicht gesehen? Also ich werd ihm noch nicht sagen, da springt der leeren Turm. Ist doch nicht blöd, ich bin unterwegs zu sehen das doch. Ja, okay. Das ist jetzt... Ich hab noch das Lager... Das müssen wir jetzt halt diskutieren. Ja. An der Brücke stehen 2 K-Modgattisten. Unbekannter Herkunft. Der Turm... Ja. Also beide Türme sind leer. Aber wir hatten doch ausgemacht den Turm, damit wir sicherstellen können, dass keiner von uns draufsteht, oder? Ja. Weil wir ja eben alle gleich aussehen. Also ich denke einfach, das ist doof, weil Janus nicht da ist und ich hab keine Ahnung von den Zaubern. Deswegen ist es so ein bisschen doof, wenn ich jetzt da Janus' Zauber steuern soll. Alles klar, dann gucken wir mal nach. Wie sieht das aus mit der Entfernung? Wie klingt denn der Frigifaxius ab? Äh, der Frigisfero? Es sind 9m zu Rondryu. 5 und dann 10, oder wie ist das? Keine Ahnung. Minus 1 pro Meter. Minus 1 Würfel pro Meter, man findet den niedrigsten Würfel an. So, dann mach ich jetzt mal 5w6 plus was, hast du gesagt? 5w6 plus halbe Sternchen. Plus halbe Sternchen, dann sag ich einfach mal... Guck mal, wie viele Punkte er hat und dann schätzt einfach die Sternchen oder Würfels einmal. Ja, ich muss jetzt gerade auf den Remote nochmal connecten. Dauert jetzt alles ein bisschen. Würfel ich einfach mal seine Sternchen aus. Ja. Mystisch. Aua. Ich kann das auch auf Attack an Kasim weitergeben, die ist egal. Ich kann doch nicht Rote jetzt irgendwie für Janos da sauber aushauen. Ja ne, also das... Keine Ahnung, ich kenne mich gar nicht. Ne, ne, also alles okay, das war ja der Befehl. Aber Frigifaxius ist das nicht, das muss irgendwas mit Svero sein. Frigisfero, du hast recht. Entschuldigung. Frigisfero eisbar, also nur auf 11. Gut, dann sind das... Halbe Sternchen sind 2, sind 21 Schadenspunkte, also TP. Und das sind 9 Meter, also 21 minus 9. Oder minus... Minus 1 Würfel pro Meter. Achso, minus 1 Würfel pro Meter. Ah, okay. Der niedrigste Würfel dann zuerst. Gut. Ja, dann sind wohl alle Würfel weg. Genau, das hat einen Durchmesser von 10 Meter und einen Radius von 5 sozusagen. Und ja. Wenn der Sturm springt, dann ist die Brücke unbeeindruckt, das stimmt. Aber die Brücke ist doch der einzige Weg rüber. Gut, dann verenden jetzt alle Kühe. Die Kühe sind tot. Das hier ist gerade nicht lustig, okay? Ähm, das war Aktion 1 von Kazim. Wir ändern mal die Kühe. Es stehen zwar nicht alle drin, aber die sind jetzt alle drin. Ist mir ja scheißegal. Ja. Die standen zu nah dran, die Eisbitter haben die noch erschlagen. So, habt ihr eure Marker auf dem Ding gezogen? Ich auch. Dann kann ich mich nämlich orientieren. So, Kazim lassen wir raus. Das ist ein NPC. Wir fangen an mit Predigyan. Du musst zuerst handeln. Ähm, ich laufe Richtung diese Explosion. Rufe Alarm. Ja. Ähm. Das findet die... Würfel mal eine Überredenprobe. Weil, ähm, naja, das Alarm ist das wissen sowieso schon alle. Und das kann jetzt halt auch sehr verdächtig sein. Äh, in die Box, oder? In die Box, genau. In die Box, genau. In die Box. Und dann schauen wir mal, wie die Blutbrüder reagieren. Jetzt ist noch mehr Alarm hier. So, schauen wir mal, was Perdido für eine Initiative hat und ob er vorziehen kann. Hier steht nur eine Geschwindigkeit. Oh, okay. So, schauen wir mal, was Perdido für eine Initiative hat und ob er vorziehen kann. So schneller als ich wird das sein. Ja, definitiv. Also, äh, der wird ein erfahrener Kämpfer sein. Ich lege ihn einfach mal auf die... Sagen wir auf die 19. Ich finde das ist okay. Das hätte eigentlich noch krasser sein können. So, und wir gehen von unten nach oben. Ähm, Brindigian fängt an. Brindigian hat gesagt, äh, Alarm und läuft los. Dann passiert ganz in Länge Zeit nichts. Äh, Rondrigo, du bist dran. Ja, Rondrigo will den Karmadgardisten nehmen. Sie überreden. Er sagt, scheiße man, wir müssen in Deckung. Jetzt fickt uns alles um die Ohren. Was das für ne Kacke. Mh, überreden. Wieder in die Box. Ich schwere sie dir um 5. Dann ist, ähm, wir machen erst mit Vasha weiter. Vasha, du bist dran. Ja. Äh, sehe ich, habe ich Rondrigos Stimme gehört? Wo ich bin? Äh, ich hab das viele laut gesagt, aber... 70 Meter? Ne, da ist gerade eine ganze Menge Chaos. Da kommen jetzt auch weitere Stimmen mit rein. Das wirst du nicht schaffen. Okay, dann laufe ich trotzdem mal in die Richtung. Einfach um besser sehen zu können. Ich bin ja noch außen vor, also ich darf aus dem Ende. Ich komme 20 Meter, hast du gesagt erst mal, ne? Gönn... Ja, solltest du... Also Geschwindigkeit... ...mal 2 oder mal 3, wenn du sprintest. Geschwindigkeit sollte 8 sein und 8 mal 3 sind dann... Wieso kann ich mich denn nicht setzen? Kannst du? Wo ist der Talk Mode? So, jetzt... Ja, mein, äh... So, und dann gucken wir mal, wie das bei Efadaios aussieht. Efadaios, äh, ich hab dir hier die, äh, Leute angezogen und da kommt jetzt auch auf alle Fälle... Ähm... Einer von diesen Echsenwesen, äh, fängt an mit einer Kristallkugel zu zaubern und die fängt an zu leuchten. Ähm... Saxel, der Schlitzer, läuft auf Potro zu... äh, auf Dynatsu. Christian läuft auf Fearion zu... ... dieser Maru auf Dyn... ... Snoffre... ... Maru... Okay... ... was du... ... erzähl dir aus, dort ist der... ... dort ist der Anführer! Okay, mit dem Namen, das ist dann zwei freie Aktion. Genau, ähm... Wie kann ich mit einer ganzen Aktion sagen? Ähm, mit einer ganzen Aktion? Könntest du mehr sagen, ich weiß nicht genau, ob es eine Regelung gibt? Ne, überleg dir was, was ungefähr in anderthalb, drei Sekunden geht. Ähm... Drei... Zwei... Ich orientiere mich dann noch. Okay, Orientierung. Äh, Varichelos muss sich leider, äh, wieder aufstellen, den hast du hingeschubst. Äh, Taloran wird hier gegen den, äh, Maru kämpfen. Ja, äh, Zaxel, der Schlitzer, äh, der ist jetzt gerade wieder bei Dynar dabei. Ähm, Dynar muss sich auch erstmal mit dem Nachtwind ein bisschen orientieren, denn das ist nicht seine Waffe. Und auch mit Potro, der hat gerade ein starkes Problem. Opane rennt in den Wald. So, dann ist Fadaios durch. Jalan, was willst du gerne tun? Abwarten, nach Befehlen fragen. Abwarten, du kannst nicht weiter abwarten, du musst jetzt oder deine Aktion verfallen. Ich guck ihn an, Befehle. Er hatte gerade das Schwert gezogen und deutet auf dich. Knot. Ver-ri-ter. Geht auf dich zu. Abmarsch. Was willst du tun? Drei, zwei, eins. Abhauen, abhauen, ich renn weg. Ich schmeiß Ronda in die Tonne und bin weg. Gut. Ja, er ist gemütlich. Er geht erstmal nur 8 Meter. Wie kann ich rennen? Dreifache GS. Das ist 15 Schritte. Bis zum nächsten Mal. Vielen Dank.